James Pennington alias Suburban Knight, Englisch für Vorstadtritte, Stern 1965, ist ein afroamerikanischer Technoproduzent und DJ aus Detroit. 1987 wurde er durch seine Veröffentlichung auf dem Label Transmart Records bekannt. Label-Besitzer Derek May nahm Pennington unter Vertrag. Fünf Jahre nach den sogenannten Belleville's Rijuan Adkins, Kevin Sondarsan, Derek May machte Pennington 1982 seinen Abschluss an der Belleville High School. Er ist Co-Vritter der Inner-City-Hits Big Fun und Good Life. Des Weiteren wurde mit seinem Techno-Track The Art of Stalking ein weiterer Meilenstein auf Transmart Records veröffentlicht. Mit der sogenannten Second Wave, zweite Welle, von Techno-Musikern aus Detroit In den frühen 1990er Jahren wurde Pennington ein Mentor des Underground-Resist-Kopfes Mike Banks. Auf UR erschienen seine Singles Noctur Bulu, Behavior and Dark Energy. Außerdem arbeitete er an einigen Tracks des Albums Interstellar Future Tips von Underground-Resist-Estaens mit. Auf seinem eigenen Label Dark Print veröffentlichte er Tech Hieroglyphics und unterstützt dort auch europäische Künstler wie Gigi Galaxy, The Sense, Lukopfertus, DJ Tao, Punisher und Tons.